Superdeutschland, Superdeutschland, hey, hey! Superdeutschland, Superdeutschland, hey, hey! Ja, ich glaube, sie sind mit dem Wind wesentlich besser zurechtgekommen als die anderen. Und die hatten einfach ihren Gameplan, die haben das durchgezogen, das ganze Turnier über. Super Nervenschlag, Super Nervenschlag. Läuft absolut. Da wussten wir von Anfang an sofort, zack, beim ersten Ball hast du schon gemerkt, dass sie das Ding gewinnen. Kein Missgesund. Nach dem 6-1 hatten wir auch so, okay. Alleine die Einstellung vom Teamwork her, das war überragend, meine Meinung. Super Atmosphäre, ich muss sagen, alle super Stimmung, super fair, super cool. Sensationell, muss ich sagen, für Brasilien und Deutschland, alle super, perfekt. Die Stimmung war einfach fantastisch und ich fand auch, dass die brasilianischen Fans zwar ihre Mannschaft angefeuert haben, aber auch die Niederlage am Ende akzeptiert haben, viele auch zur Siegerehrung geblieben sind. Mir hat es riesig gefallen und ich habe nicht mit so einem klaren Erfolg gerechnet. Ja, wir sahen sie früher in dem Tournament spielen und sie waren ein wirklich guter Team. Wir wussten, dass sie eine gute Team und eine gute Chance hatten. Es war jedenfalls ein Spiel und sie haben sehr gut gespielt. Ich glaube, sie haben ein gutes Spiel gespielt, aber die Deutschen waren heute einfach besser. Ich glaube, es war ihre Nacht, zu gewinnen. Herzlichen Dank an den Deutschen.